Nachts um drei. Manuel liebt die Nacht, aber hasst es nicht schlafen zu können. Nie kann er die Nacht genießen, weil er immer den nächsten Tag im Hinterkopf hat. Dabei birgt die Nacht Mysterien und Spannung, die tagsüber nicht zu ergründen sind. Nachts sind alle Katzen grau, lautet eine Redewendung, aber Manuel sieht das anders. Wenn alles dunkel ist und sich die Menschen in den Stromsparmodus begeben, sieht man am klarsten. Dann ist Manuel losgelöst von allem anderen, von allen Sorgen, die ihn bei Tage umtreiben. Nachts gibt es keine Verpflichtungen. Am liebsten würde er durch die dunklen Straßen laufen und einfach dem Alltag entfliehen und Momente sammeln. Tagsüber ist das nur ein ferner Wunschtraum, dessen Erfüllung ihm nur nachts real erscheint. Manuel wälzt sich genervt aufseufzend von der einen auf die andere Seite seines Bettes. Die Digitalanzeige seines Weckers springt von 2.59 Uhr auf 3 Uhr. Seit drei Stunden liegt er bereits wach. Er überlegt, ob er vielleicht ein Hörbuch anmachen sollte. Als Kind konnte er dazu wunderbar einschlafen. Aber er will nicht. Er will die Stille der Nacht hören, den Geruch der Dunkelheit riechen. Nach einer gefühlten Ewigkeit, die er auf dem Rücken lag, schaut er auf die Uhr seines Weckers und ist verwundert, wie wenig Zeit vergangen ist. Es ist immer noch 3 Uhr. Nicht einmal eine Minute ist vergangen. Er beginnt im Kopf die Sekunden zu zählen. Eins, zwei, drei. Irgendwann ist er bei 60 und sein Wecker zeigt immer noch 3 Uhr. Manuel seufzt genervt auf. Ist das blöde Teil jetzt auch noch kaputt oder was? und schaltet mit einem Klicken sein Nachttischlicht an. Doch die Wanduhr seines Apartments, deren Rahmen einen langen Schatten an die Wand wirft, steht ebenfalls auf exakt 3 Uhr. Manuel ist erstaunt. Wecker und Wanduhr? Beide kaputt? Fast schon, ohne es zu merken, steigt er aus dem Bett, ist in zwei Schritten beim Schreibtisch und entsperrt sein Handy-Display. 3, Doppelpunkt, 0, 0. Was geht hier vor? Manuel denkt nach. Eigentlich müsste es schon mindestens 5 oder sogar 10 Minuten nach 3 sein. Aber aus irgendeinem Grund sind alle Uhren um Punkt 3 stehen geblieben. Wie kann das sein? Instinktiv öffnet er auf seinem Handy den Reiter mit den neuesten Nachrichten. Er lädt und lädt. Dann teilt ihm sein Smartphone stupide mit, das Laden sei fehlgeschlagen. Manuel macht das WLAN aus. Doch im mobilen Netz ist es das Gleiche. Auch mit jeder anderen App, die eine Internetverbindung braucht. Und mit seinem Laptop. So steht Manuel da. Mitten in der Nacht. Alle Uhren stehen still. Und er ist abgeschnitten vom Rest der Welt. Mit einem Seufzen lässt sich Manuel wieder in sein Bett fallen. Am besten würde er eine Nacht darüber schlafen. Morgen ist wahrscheinlich alles wieder normal. Aber aus irgendeinem Grund ist er jetzt erst recht zu aufgeregt, um einschlafen zu können. Er hat keine logische Erklärung für die Geschehnisse dieser Nacht. Aber sie faszinieren ihn. Nach einer Weile, waren es fünf Minuten oder zehn oder doch schon eine halbe Stunde, beschließt er, dass er nicht schlafen kann. Er steht auf, streift sich eine Jeans und einen Pullover über und verlässt seine Wohnung. Es ist eine lauwarme Nacht Ende Juni. In Manuels Straße ist niemand zu sehen und er macht sich auf in Richtung des Parks, der zwei Straßenecken von ihm entfernt liegt. Mit jedem Schritt merkt Manuel mehr und mehr, wie er lebendiger wird. Aber immer noch wird dieses Gefühl am Entfalten gehindert. Er will wissen, was los ist. Er überquert eine Straße und sieht auf der Bank am Eingang zum Park, dessen Weg von Laternen erleuchtet ist, einen älteren Herren sitzen, der eine Baskenmütze auf dem Kopf hat, wie sie häufig von Künstlern getragen wird. Manuel schätzt ihn auf Anfang 60. Der Mann sitzt da, als wäre es das Verständlichste der Welt, mitten in der Nacht auf einer Parkbank zu sitzen, die Beine überkreuzt, einen Arm auf der Rückenlehne und lächelnd in die Gegend zu starren. Das Licht der Laterne, die direkt hinter ihm steht, wirft einen langen Schatten auf sein Gesicht. »Entschuldigen Sie«, beginnt Manuel, »Können Sie mir sagen, wie viel Uhr wir haben?« Der Mann wartet ein paar Sekunden, bevor er den Kopf Manuel zuwendet. Dann antwortet er lächelnd, »Ich habe keinen Schimmer.« Manuel fällt auf, wie ruhig und verständlich der Herr redet. »Sind Ihre Uhren auch stehen geblieben?«, fragt Manuel. »Haben Sie eine Ahnung, was das alles soll?« Der Mann schüttelt den Kopf. »Spielt das denn eine Rolle?«, will er dann wissen. Manuel schweigt. »Für mich«, fährt der Mann fort, »zählt nur, dass die Nacht scheinbar nicht voranschreitet. Oder ist Ihnen nicht aufgefallen, dass nicht nur die Uhren stillstehen, sondern auch die Nacht?« »Dinge passieren auf dieser Welt, oder sie passieren nicht.« »Was soll ich mich damit abgeben, zu ergründen, wie das sein kann?« Ich werde die Antwort ja doch nicht erfahren. »Sie glauben also«, beginnt Manuel und setzt sich ans andere Ende der Bank, »dass die Nacht nicht voranschreitet? Egal, wie lange wir warten, der Tag wird nicht anbrechen?« Der Mann lächelt nur vor sich hin. »Wir werden also nie wissen, wie viel Uhr es wirklich ist?« Nun wendet sich der Mann ihm doch wieder zu. »Schauen Sie doch auf die Uhr.« »Dann wissen Sie, wie viel Uhr wir haben. Drei Uhr nachts. Mehr muss ich für meinen Teil nicht wissen.« Dann steht der Mann auf und sagt, »Ich danke Ihnen für das Gespräch, aber ich gehe jetzt weiter.« »Wohin denn?«, rutscht es Manuel heraus. »Mal sehen, wohin es mich verschlägt«, antwortet der Herr. »Ich habe ja alle Zeit der Welt.« »Finden Sie nicht auch, dass die Nacht Mysterien birgt, um die es zu schade wäre, sie nicht zu ergründen?« Dann dreht er sich um und geht. Die Einstellung des Mannes hat Manuel nur teilweise befriedigt. Aber auch wenn er gerne wissen würde, was Sache ist, hat der Mann doch in einem Punkt recht. Nämlich, dass man die Nacht nutzen sollte. Manuel bleibt noch ein paar Minuten, oder länger, sitzen, blickt zum Himmel hinauf und sieht die Sterne. Es sind so unglaublich viele. Er sieht auch den Mond. Es ist Vollmond. Er fängt an zu überlegen, was diese Nacht noch alles bringen würde. Was er noch alles unternehmen könnte, da ertönt plötzlich eine neue Stimme hinter ihm. Sie klingt leicht außer Puste. »Na, versuchst du zu ergründen, warum der Mond nicht wandert?« Manuel dreht sich um und sieht eine junge Frau hinter sich stehen. Er sieht fast nur ihre Silhouette, aber durch das helle Mondlicht erkennt er, dass sie fast noch ein Mädchen ist. Sie ist stämmig gebaut und trägt ihre blonden Haare zu einem geflochtenen Zopf. Neben ihr steht ein Fahrrad, von dem sie offensichtlich gerade erst nach einer scheinbar sehr anstrengenden Fahrt abgestiegen ist. »Nö, eigentlich nicht«, antwortet Manuel ruhig, während er schon wieder vor sich hin starrt. »Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es mich auch nicht so interessiert.« Die junge Frau schaut ihn ungläubig an. »Das interessiert dich nicht?« »Wieso auch?«, fragt Manuel. »Spielt es denn eine Rolle, warum die Welt ist, wie sie ist?« Ihm ist bewusst, dass er nun fast dieselben Worte benutzt wie der Mann von eben, obwohl er diese Gleichgültigkeit gar nicht fühlt. Er versucht nur, sie sich einzureden. Das Mädchen schreitet schnell ein Schrittes um ihn herum und kniet sich ihm gegenüber auf die Wiese. »Es war das Erste, was ich wissen wollte, als ich festgestellt habe, dass die Nacht still steht. Gibt es eine wissenschaftliche Erklärung für das alles? Wenn man jetzt schläft, kann man dann aufwachen? Brauchen diejenigen, die wach sind, überhaupt noch Schlaf? Was ist, wenn wir doch einschlafen? Können wir überhaupt wieder einschlafen, wenn wir wollten? Wird es je wieder weitergehen? Gibt es einen Grund für das alles? Und vor allem, was ist mit meinen Freunden, meiner Familie? Sind die wach oder im ewigen Schlaf?« Das alles, sagt sie so schnell, als hätte sie Angst, bald für immer auf ihre Stimmbänder verzichten zu müssen. Manuel starrt sie an. Er kommt sich mit einem Mal unglaublich egoistisch vor. Nicht eine Sekunde lang hatte er an Freunde und Familie und die Konsequenzen dieser Nacht gedacht. Er schluckt und fragt. »Und, hast du auch Antworten?« Die Frau schweigt kurz. Dann sagt sie, »Bedauerlicherweise nicht. Ich weiß nur, dass ich gerade absolut nicht das Bedürfnis nach Schlaf habe. Es lässt mich nicht los, nicht zu wissen, was mit meiner Familie ist. Immerhin kann ich sie ja auch nicht erreichen. Ich bin ja nicht die Einzige, deren Handy nicht funktioniert. Deshalb bin ich gerade auf dem Weg zu ihnen.« Manuel schweigt. Dann sagt das Mädchen, »Ja, genug der Pause. Ich fahre dann mal weiter.« Sie steht auf, schwingt sich auf ihr Fahrrad und ist wenige Augenblicke später verschwunden. Manuel bleibt sitzen. Dann steht er langsam auf. Sein gesamtes Glücksgefühl ist plötzlich verflogen. Er muss seine Eltern finden. Was, wenn tatsächlich alle Schlafenden nie wieder aufwachen würden? Das wäre dann für Manuel als Opsi. Er will nicht darüber nachdenken. Er rennt nach Hause, schnappt sich sein Fahrrad und fährt los. Zur Wohnung seiner Eltern würde er etwa eine Dreiviertelstunde brauchen. Die Fahrt zieht sich endlos hin. Er hat das Gefühl, je kräftiger er in die Pedale tritt, desto langsamer käme er vorwärts. Und nach und nach macht sich in ihm ein Szenario breit, wie er seine Eltern vorfinden würde. In einen tiefen Schlaf versunken, mit wechselnden Gesichtern da liegend und er außerstande, sie aufzuwecken. Bereits nach einer halben Stunde hat er das Gefühl, als würden seine Beine ihm bald den Dienst versagen. Verzweifelt lässt er sich auf den gepflasterten Boden neben einer großen Straße mitten in der Innenstadt sinken. Der Asphalt ist noch warm vom vergangenen Sommertag. Überall türmen hohe Gebäude auf. Nach einigen Augenblicken sieht Manuel auf. Keine Menschenseele ist zu sehen. Er überlegt, woran das liegen könnte. Wahrscheinlich empfindet nur keiner, der jetzt wach ist, die Innenstadt als den besten Aufenthaltsort. Er selbst würde ja auch lieber die Weiten suchen, anstatt sich zwischen den Betonklötzen einzuschließen. Verdammt, er würde rennen. Rennen, bis seine Beine unter ihm wegklappen würden. Und er würde schauen, möglichst schnell aus dieser verdammten Stadt zu kommen, die nur dem Zweck dient, möglichst viele Menschen möglichst produktiv sein zu lassen. Dann reißt sich Manuel zusammen und fährt weiter. Irgendwann, waren wirklich die von ihm geschätzten 45 Minuten vergangen oder doch viel mehr, kommt er schließlich an seinem Ziel an. Er hatte sich vorgestellt, wie er sofort in die Wohnung seiner Eltern stürzen würde, aber nun steht er wie angewurzelt davor. Ist nicht Unwissen manchmal besser als Wissen? Aber noch während er überlegt, zieht er instinktiv den Schlüssel aus seiner Tasche und schließt die Wohnungstür auf. Durchquert den Flur, klopft an die Schlafzimmertür nichts. Langsam drückt er die Klinke herunter und tritt ein. Da liegen sie beide, zugedeckt und friedlich schlafend. Keine tödlich bleichen Gesichter, wie er sie sich vorgestellt hatte. Doch noch bevor er es versucht, ist ihm klar, dass er keinen Erfolg haben würde, und dennoch schüttelt er die beiden. Zunächst sanft, dann immer heftiger, bis sie einfach aufwachen müssen. Aber keine Chance. Sie bleiben im Dornröschenschlaf. Ende. Erster Teil.